Was ist für Sie die Ursache für diesen fortlaufenden, aber jetzt immer weiteren Absturz der SPD? Das kann man schon an dem Begriff Volkspartei klar machen. In der Form, dass eine Volkspartei zumindest darauf achten sollte, was die Mehrheit des Volkes will oder der Bevölkerung will. Und das tut die SPD ja seit vielen Jahren nicht, denn egal wie beschönigend dahergeredet wird, das Ergebnis der Agenda 2010 waren Rentenkürzungen, Lohnkürzungen, Kürzungen anderer sozialer Leistungen. Und das ist gegen den mehrheitlichen Willen der Bevölkerung. Würden Sie sagen, dass mit der Agenda 2010, war das der Anfang vom Ende und ist es ein Fehler, dass man jetzt so kleine Korrekturen macht, aber keine großen Änderungen, wenn man mal das Beispiel Rente auch nimmt? Die Rente ist ein klassisches Beispiel. Die Rentenformel ist ja zerstört worden von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen, also von allen diesen zusammen. Und die SPD hätte eigentlich von ihrer Tradition her Widerstand gegen all diese Kürzungsorgien, kann man mittlerweile ja sagen, leisten müssen. Heute haben wir millionenfache Altersarmut und die SPD ist mit Schuld. Tut Ihnen das manchmal auch so ein bisschen in der Seele weh, dass die Partei, für die Sie mal gestanden haben, diese 150 Jahre alte Partei, jetzt so absackt? Ja, das tut mir in der Seele weh, denn es ist ja ein Teil der Geschichte meines Lebens, die SPD. Aber das ist unwichtig. Wichtig ist, dass durch diese Politik Millionen Menschen leiden müssen. Und das tut mir ebenfalls weh, obwohl das heute vielleicht etwas unmodern klingt. Sie haben ja damals die SPD verlassen und mit Ihnen auch viele vom linken Flügel. War das nicht auch so ein Sargnagel, sage ich mal, dass die Linken sich verabschiedet haben von der SPD und rausgegangen sind? Das hat natürlich mehrere Aspekte, diese Entscheidung. Aber das eigentliche Ziel war, die SPD wieder nach links zu rücken und dafür Sorge zu tragen, dass es eine linke Mehrheit im Parlament gibt. Das ist ja 2005 auch gelungen. Die SPD hat das nur nicht begriffen. Wir hatten eine deutliche linke Mehrheit im Parlament 2005. Die SPD hätte also einen Kanzler weiterstellen können. Das wäre dann nicht Gerhard Schröder gewesen. Mittlerweile geht die linke Mehrheit immer weiter zurück, wenn man SPD und Grüne mit dazurechnet. Jetzt ist sie gar nicht mehr da, seitdem die AfD auch im Rennen ist, um das mal so zu formulieren. Und das ist das Bedauerliche. Eine linke Mehrheit in Deutschland, die Politik verändern kann, also für bessere Renten, für besseres Arbeitslosengeld, für bessere Lohnentwicklung, um mal die Hauptpunkte anzusprechen. Eine solche Mehrheit gibt es nur mit einer wiedererstarkenden SPD. Und das ist das Tragische der jetzigen Situation, dass die SPD-Führung bis zum heutigen Tage das nicht begriffen hat. Ein Engländer hat einmal gesagt, manche Großorganisationen verhalten sich so, als seien sie von Agenten des Gegners gesteuert. Und diese Analyse trifft auf die SPD seit vielen Jahren zu. Also sehen Sie sich nicht mitverantwortlich für die Schwäche der SPD, weil Sie damals die SPD verlassen haben? Nein, da sehe ich nun die in erster Linie verantwortlich, die diese falsche Politik zu verantworten haben. Denn so wichtig Personen sind, was nachher herauskommt, ist ja entscheidend. Und all diejenigen, die für Rentenkürzungen, Lohnkürzungen und Kürzungen sozialer Leistungen und für Kriege und für Waffenexporte, die Hände heben und die Hand gehoben haben, sind natürlich verantwortlich. Ich selber habe mir oft die Frage gestellt, ob ich vielleicht weiter hätte in der SPD kämpfen sollen. Aber solche Fragen sind jetzt entschieden. Welche Zukunft sehen Sie noch für die SPD in Deutschland? Es fällt mir schwer, diese Frage zu beantworten, weil ich jetzt meine Hoffnung formuliere. Ich hoffe, dass die SPD sich auf ihre Traditionen besinnt. Und das ist die Moderne. Die Moderne, dass eben die Menschen in der Demokratie sich durchsetzen, die eben die Mehrheit stellen. Denn Demokratie heißt nicht Minderheitenregierung, was wir jetzt ja weltweit haben, Oligarchensysteme, West- und Ost, sondern Demokratie heißt, dass die Interessen der Mehrheit sich durchsetzen. Und das geht nur mit einer starken linken Partei. Und die SPD ist hier besonders in der Verantwortung. Denn aus den 20 Prozent, so nenne ich sie jetzt mal, wären sehr schnell wieder 30 Prozent zu machen, wenn diese Partei sich wieder klar und erkennbar als Interessenvertretung der Mehrheit der Bevölkerung versteht. Aber das genügt nicht, das in Worte zu fassen. Man muss glaubwürdig sein. Und die Glaubwürdigkeit beginne damit, dass man sich für all die Fehlentscheidungen entschuldigt, die in den letzten Jahren getroffen worden sind, etwa bei der Rente. Ich warte auf den ersten SPD-Politiker, der sagt, wir haben schwere Fehlentscheidungen getroffen. Das war die Privatisierung der Rente. Das war die Kürzung der Rente. Wir entschuldigen uns dafür. Und wir wollen jetzt, falls ihr uns noch mal die Stimme gebt, geben wir Gewehr dafür, dass wir auch nach der Wahl dann die Rente deutlich verbessern. Das heißt, die SPD hat ein Glaubwürdigkeitsproblem? Ja, das ist nicht meine Meinung. Das zeigt jede Wahl. Auf meine Meinung kommt es dabei nicht an.